In der neuen Kampagne wollen wir den Leuten vermitteln, dass sie, egal ob sie kleines oder großes Budgets haben, mit eigentlich kleinen Veränderungen sich sehr schön einrichten können. Der Spot begeistert uns vor allem mit Emotionen, mit happy people, mit happy Kunden und vor allem auch mit dem neuen Super Soundtrack, den wir haben, der ins Ohr geht. Wir möchten dieses Mal wirklich Happy Homes kreieren und haben uns dabei gedacht, dass wir zu unseren Kunden nach Hause fahren und schauen, wie glücklich unsere Möbel sie machen. Das war eigentlich der Kernpunkt der Kampagne, zu sagen, wir wollen die Marke emotional aufladen. Wir wollen zeigen, wie glücklich Leute in ihrem Leben sind und wie Home24 mit seinen Einrichtungsgegenständen, aber auch mit seinem Service, seiner Dienstleistung dabei helfen können. Bei Home24 ist für jeden was zu haben und das macht die Leute glücklich. Im Vergleich zum letzten Jahr war es natürlich eine deutlich größere Produktion. Wir hatten zwei Drehtage, elf Darsteller, zwei Hunde, eine Katze. Auf jeden Fall viel aufwendiger als im letzten Jahr und ich glaube, es war echt ein super Dreh. Es hat alles echt super geklappt und wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Wenn du Möbel möchtest, dann musst du zu Home24.de kommen. Das Wichtigste beim ganzen Sport ist, natürlich hatten wir eine tolle Produktionsfirma und auch viel Hilfe, aber ohne das Team bei Home24 hätten wir das nicht auf die Leine gebracht. Homies, vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ihr habt das gebraucht. Danke. Danke.